Ja, da bin ich total überwältigt. Ich muss mich bei euch allen bedanken. 30.000 Follower seit dem 14.01.2019 und ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, dass es so schnell geht. Ich habe das jetzt zum Schluss gar nicht mehr beobachtet, weil ich so viel um die Ohren habe. Und dann hat meine Frau noch ein paar, drei Leute fehlten uns noch, drei Abonnenten, um die 30.000 voll zu kriegen. Und dann hat sie einen Aufruf gemacht auf Facebook, das fand ich total süß. Und hat sich dann stark gemacht, hat gesagt, kannst du oder wir brauchen noch drei Follower, klick bitte. Und einer unserer Freunde, der Michael, war dann der 30.000. hat dann noch einen Klick gemacht. Und ja, ich bin total gerührt und freue mich und bedanke mich bei allen meinen Followern. Und wenn man dann bedenkt, dass es nur 18% sind von denen, die meine Filme gucken, dann möchte ich gar nicht wissen, wie viele mittlerweile meine YouTube-Filme gucken. Also es ist wirklich überwältigend. Ich bin ein wenig ergriffen und noch viel ergriffener bin ich, dass mittlerweile über 45 Model 3 Käufer meinen Referral-Code benutzt haben. Vielen, vielen Dank. Gut, ich sehe das wirklich als Bestätigung für meine Arbeit und freue mich darüber, dass ihr zufrieden seid damit und gesagt habt, ich fasse mir jetzt ein Herz, ich nehme den Referral-Code von Ove und ich habe jetzt seit heute, heute ist der 15., glaube ich, die Bestätigung bekommen, dass ich den Roadster 2020 zu 100% bekomme. Ob das denn auch alles so funktioniert bei Tesla, weiß man nicht. Ich weiß, dass diese Referrals bei unheimlich vielen, unheimlichem Schub gebracht haben, auch bei anderen YouTubern und ich möchte mich da auch ganz besonders bei allen bedanken, auch die, die Model S und X über meinen Code bestellt haben, über meinen Referral-Code. Ihr seid die Basis für all meinen Erfolg, um an den Roadster zu kommen. Und ja, ich kann das noch gar nicht fassen. Ich kann das noch gar nicht so richtig umsetzen, dass ich irgendwann mal so ein Auto bekommen soll, was da auch für Steuern und so auf mich zukommt. Ich habe gar keine Ahnung, ich freue mich auf jeden Fall tierisch, das Ding zu bekommen, wenn Tesla sein Wort hält. Ich weiß nicht, ob sie da noch irgendwie rauskommen, aber dieser Schub mit den Model 3 Referrals, den haben wohl viele bekommen. Ja, vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr an mich glaubt, dass ihr meine Videos mögt. Vielen Dank an meine Frau, die mich echt total unterstützt hier bei der Arbeit. Ich bin hier gerade wieder bei der Arbeit in Oldenburg, einen Model S85 prüfen und mittlerweile besteht der ganze Tag aus Tesla. Und ich glaube an Tesla, ich glaube, das ist die Zukunft, die Elektromobilität. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Und alle, die den Code benutzen, haben viel, viel Spaß mit euren neuen Teslas. Freut euch auf das Model 3, das ist ein gutes Auto. Am 2.2. soll das erste Schiff, 2.2.2019, in Europa landen. Dann sollen die ersten Model 3s drauf sein. Das ist bestimmt für euch eine total spannende Sache. Ihr kann das absolut nachvollziehen. Und ihr werdet es nicht bereuen, ich bin mir ganz sicher. Also nochmal, vielen Dank. Ich bin Ofe von tier und die Tesla. Und bedanke mich recht herzlich bei euch. Bis zum nächsten Film. Ich bin kräftig am Schneiden und am Drehen. Es kommt wieder einiges. Bis bald. Ciao.